Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Zombie Panic Sauce auf der Map CPO Horst mal schauen wie wir uns schlagen wahrscheinlich wird das hier die Hölle auf Erden vielleicht auch nicht aber ich glaube schon mal gucken ich finde doch hier sehr schön ich hatte zwar schon die Waffe oh gott oh gott der ist ja schon da ich will nicht erwischt werden ich mache es ja genau das Gegenteil von nicht erwischt werden aber ganz ehrlich ich will alles aufschnappen was es nur gibt es gibt natürlich der white hier her nein mach auf also die komische Rhein geht gar nicht geht nicht haltet sie auf ich bin immer viel zu viele Leute komm ich gern drauf klar ich glaube da müssen wir welche im Wald verschwinden ich muss noch mal kurz hier unterbrechen tut mir leid ist noch ganz kurz keine sorge keine sorge zack so hier zack so 3 2 jetzt klappt das alles bei auch nicht ganz aber egal und das läuft ja schief ich werde hier fast blind wird schon schwindelig und die flackern die fp ist immer wieder rum ich habe irgendwas eingelassen im Hintergrund vielleicht sind es einfach zu viele Leute hier auf einem Fleck keine Ahnung komm 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 ich renne eh wieder los ich achte jetzt gerne mal auf die fps zahlen ich bin gespannt ob es gleich wieder höher wird wahrscheinlich komm geh auf hopp ja der kumpel leider war eine stadt kann keine scheiße m4 leute das schlechte meinti haben wir für die munich da darf man nicht wählerisch sein ich muss das nicht erst beste nehmen aber mal doch scheiße baut dann kann man doch schnell mal verkacken lauf 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 Leute woher kommt ihr her die was fallen lassen ne das sind nur noch zombies hab doch den den erwischt die kommt doch eh gleich da entlang der hat eine ak der drecksack der bischen mal ganze rifle munition genommen ich gehe mal nach hinten weil da oben liegt immer was und wenn der ak futzi da hochkommt schnapp dich der sich natürlich auch die ganze rifle muni komm 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 und ich brauche rifle muni wer zuerst kommt mal zuerst oh yes und niemand nimmt sie niemand eine man sagt mir niemand das hier heute ist ihr lappen da habe ich heute wieder glück wer ich letztes mal richtig pech gehabt und heute mehr glück als verstand ja dann lang zu gehen wäre eh dämlich ich bleibe jetzt hier meine m4 mehr brauche ich nicht sich da zu verstecken bringt es nicht wirklich leute ihr müsst mir helfen ach stimmt der truck kommt ja gleich ich vergesse das immer ich denke immer nur an survival maps und das ist ja auch objective maps sind hier wo kommt denn der truck da sind die da nach unten oberst velmo cinema lake of that that is the death run lost stand desert ah ich nehme mal das scaper ich weiß nicht ich kann das bis auf eine gar nicht und death run ist nicht so geil glaubt es mir einfach da lief noch immer von viele leute von da wird es eben genommen was wurde genommen na das cinema warum cinema leute dann kommt der truck ich glaube der kommt nicht mehr ich glaube der kommt nicht mehr so ne scheiße oh die kommt doch da gleich durch oh der rennt du hallo whitey wirst du dich nicht zu uns gesellen ok ich habe keinen muni mehr doch ein schluss habe ich noch ne 3 da ist er im richtigen moment komm rein da wuuu yes yes gg eins der wenigen spiele wo ich ein gg wirklich eingebracht finde ganz ehrlich es gibt so viele spiele da finde ich gg nur so zum kotzen ist einfach so das ist so respektlos gegenüber den verlieren das ist übel so das ist natürlich die frage ob ich auch eine rifle komme nachher vor allem weil ich sie eh wieder wegschmeiß das zeug ich könnte höchstens hier irgendwo bunkern also irgendwo hinlegen wo niemand drankommt oder wo niemand denkt dass was liegt und dann halt später wiederkommen ist halt nur die frage ob ich dann auch hierher komm na man kann zum beispiel kommst du hinlegen ich kann jetzt ja nochmal ja gut ich riskiere es jetzt nicht ist egal aber ich muss ja panic drücken ich muss es riskieren leute es lohnt sich nein lass mich durch wie kacke habe ich das deinem badezimmer da gelassen ok das war jetzt ein bisschen makaber aber ganz ehrlich das sieht immer so aus als würde man gerade irgendwie was ablassen wenn man die nein auch der sack hat es gefunden ja danke aber auch echt warte ach klar ey so ne kacke ohne mich leute ohne mich der hat sich jetzt schon verschissen der eine ganz ehrlich das macht man nicht vor allem das hat ja einen Sinn das bleibt jetzt hier liegen wenn die Leute P drücken so Panic einfach nur dämlich ehrlich ja 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 tschüss wo das passiert wo du weh drückt komm geh auf ok du mich auch geht auf komm schon wo 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 nein weg mich du kriegst keine Munition scheiße vielleicht finde ich ja irgendwo mal irgendwas nützliches dann achso ich hab schon so viel shotgun Munition ach komm die hat die shotgun richtig geile vielleicht stoppt sie ja vielleicht stoppt sie ja kann man nur dafür beten okay ah hier 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 die Waffen sind immer nur Munition ist immer so unfair weil kriegen die die ganzen Shotguns gut es sind vielleicht nur zwei im Spiel oder im Umlauf aber deswegen hasse ich halt so beim Objective Maps weil es da halt immer ich finde die zwar eigentlich ganz gut aber halt von der Waffenauswahl ist halt immer ein bisschen rar weil er hat immer nur so zwei drei Leute eine Primärpfiff kriegen und der Rest rennt immer mit Nahkampfaufnahmen mit Pistolen rum bringt's voll Super Ach klar man Leute ich brauche nicht immer viel zu lang Granaten müssen hochgehen Spiel ich ja fast schon Artillerie ja wo könnt ihr jetzt entlang fahren und dann schmeißt du da hin musst du zehn Sekunden voraus denken wo er entlang läuft damit sie dann perfekt trifft Leute ich bin leer komm komm einfach nur weil ich so assi bin holt's euch hier unten dann wow das hätte jetzt schief gehen können das hätte jetzt schief gehen können lass mich rein komm ein bisschen Zombie Lockspiel spielen komm ein bisschen Zombie Lockspiel spielen oh 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 wow 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 was macht denn der ich glaub der erwischt mich ich glaub der kriegt mich ne der hat nachgelassen oder ja ne der hat nachgelassen oder ja scheiße das ist schon ein Mapwechsel aber Gibt's noch mal ne Ründle gibt's noch mal ne Ründle 92 jetzt so Leute Leute da vorne rechts jetzt kann man nur beten dass hier keine Mastoff wo auch geil Affen geil das ist jetzt natürlich ultimativ Leute Rüstung und noch laut meinem Pechometer muss ich jetzt ja vom IT infiziert werden ist es dein ernst ich finde eh wieder was Leute der Witz ist warte mal ich probier es mal ähm ich verliere ja nichts wenn ich Pay drücke das heißt ich kann trotzdem Panik drücken und nur noch die AK behalten dann kann ich die ganze schöne Munition einstacken weil ja die ganzen Leute nur nach Waffen suchen nicht nach Munition hoffentlich schöne AK das mag ich mal rein spaziert jeder Zombie Apokalypse überleben da sowohl willkommen an 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 hier wird zu viel rumgeschlagen ok jetzt geht's gleich auf genau jetzt habe ich 90 schuss ist schon ziemlich gut finde ich eigentlich hier will ich nicht drauf gehen der wird sterbende tipp wegrennt ja hält er ist für uns gestorben ein wahrer held der hat viel dabei habe ich den überholt den alten mann da hatte ja doch eine ak scheiße die macht natürlich die weifen munition streitig aber ist immer doch meine unta comuns 6 wolehm nicht so nicht Ruhr loite dass es Maximum ne die sterben dabei nicht hätte ja sein können leute hätte doch sein können na gut ich könnte mich da hinstellen das aufschlagen durch lassen aber ich hatte nur die frage ob es auch so aufgeht wie ich mir vorstelle wo der scheinung sie aufpassen noch 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 löcheln ach ich liebte es Kommt meine Freunde, meine hrnlosen Freunde, ach du scheisse, ein bisschen viel hier am Start findet ihr nicht? Das ist echt viel, wenn es so weitergeht, haben wir keine Chance. Ich gebe uns noch eine halbe Minute, bis wir abhauen müssen. Ja, ich hau ab. Das bringt's nett. Ich will noch meine letzten Tage genießen. Oh, oh, die eine ist gestorben mit der AK, ich weiß es, ich habe es gehört. Oh mein Gott. Ja, von hinten kann niemand kommen, das Ding ist schon links tot. Kaputt. Ich bin ja das letzte Bollwerk, die sollen zuerst ballern, hier mit ihren Shotguns, das bringt's eh mehr. Ja. Mal schauen, wann der Truck kommt. Jetzt. Was? Nein, ich hab'n verpasst. Ich hab'n verpasst. Was? Ich war doch da, man. Nothing left to do no bad. Man kann noch kämpfen. Ja, ich glaube, dass wenn da Zombies sind, dass er dann einfach vorbei fährt. Weil mich das schon oft passiert, wir standen da und das Ding ist einfach weitergefahren. Kann doch sein, dass er irgendwo in der Nähe ein Zombie war und das dann halt so reagiert ist. Oder reagiert hat, dass man dann halt nochmal einsteigen kann. Weil ich war ja da, ne? Ich war ja da unten sogar. Oh, das ganze Scheiße baut, die Menschen. Aber da kommt man nochmal hoch. Also, über den Weg, hier kommt natürlich schon noch hoch. Upsi. Nicht so hastig. Jetzt ist die da echt. Die Zombie-Armee. Komm, spring runter und hol sie dir. Langweiler. Die wird doch eh abhauen. Komm, wie viel die auch verballert. Ja, jetzt ist sie dran. Tschüssin. Wo ist der letzte? Ah, da hinten war das? Ja. Der hat die Waffe in der Hand. Und jetzt hat er sie auch noch verraten. Tschüss mein Freund. War nett, dich gekannt zu haben. Wie die rumspringen. Nee. Nee. Nee, 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 hier. Das ist auch das, was mir immer passiert. Drücke ich P und dann geht's immer los. Na, jetzt gibt's eine neue Map. Ah, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Ist nicht so geil, die Map. Geht schon, klar, aber wie gesagt, ich bin halt irgendwie der Survival-Typ. Vor allem, weil bei den Objective-Maps halt immer eigentlich Leute braucht die auch ein bisschen Kompetenzen. Und nicht einfach nur stur in der Gegend rumlaufen und rumballern wie ich. Nee, also es gibt auch schwierige Objective-Maps, die hier ist noch ziemlich einfach. Genau so. Nee, Cinema ist sogar Survival. Da glaube ich mal mit einem dünn Schiss, ne? Bei CPS, ZPS. Äh, Cinema ist nur Survival-Map. Ist trotzdem kacke. Da gibt's ja gar kein Objective-Maps mehr ein. Nein! Geht weg! Ich weiß zum Glück, wo hier ein paar Waffen rumliegen. Ich hoffe mal, dass nicht jeder von denen da vorne weiß, wo die liegen. Komm, 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 komm. La, la, la. Ich hab halt keine Pistole, mein Freund. Hier rechts. Ah, scheiße! Nein! Ich war einst zu spät. Verdammt. Na! Komm, 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 komm. Schön dir zuzumachen. Damit die Menschen mir nichts nachkommen. Na, Mann! Hab ich hier nix. Das ist doch nicht. Ich weiß nur, dass... Ich glaub, im Keller war noch mal so eine Waffe. Da wird die Zombies immer spawnen. So ne Suicide-Granate macht sich auch immer gut. Nein! Hoffe ich mal, dass ich White erwischt hab. Die eine ist zwar daneben gegangen, aber immerhin zwei haben getroffen. Je nachdem, wo halt der White hin gerannt ist, hat's halt geklappt oder nicht. Ah, nein! Nein! Ich hab keine Waffe. Ich bin am... Oh mein Gott! Ich kann mein Testament schreiben. Oh Gott! Da ist der Whitey. Ja! Ja! Tschüss! Ha! Wie er schießt! Der hat doch keine Chance. Wisst ihr, was ich mach? Ich bin so ein richtiger Arsch. Nein! Nein! Ich wollte mir doch die Waffe holen. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht hier. Scheiße, schneller Hintergrund. Ich depp. Bis zu was in der Wache ist. Mein Freund, helft mir. Dann geht Rano weg. Pst! Da ist er! Das haben wir schon mal durchgemacht. Ich weiß. So, ein bisschen trollen. Nein! Nein! Eiskalt getrollt. Hey, wer würde ich hier beim Spawnpunkt von den Zombies Farrikaden aufstellen? Macht ja niemand. Außer ich! Und ich hab gewonnen! Hab's überlebt! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das ist man schon aller Marsch. Naja. Wie komisch. Komm! Diesmal werde ich aber die Waffe kriegen, oder? Ja, ich dachte, das wäre in einem Saal und nicht irgendwie daneben. Also eins davor halt. La la la. Oh nein. Tut mir leid. Oh, wot, 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 wot. Wo ist der Zombie? Ich kann eh gleich die Rifle-Munition wegschmeißen, weil... Beides behalte ich eh nicht. Oder vielleicht doch. Da unten nicht Munition. Oh, ne. Was ist das da hinten? Ich glaub, die Art von Munition brauch ich nicht. Ich schmeiß das mal hier um, dann kann ich... Komm, ein bisschen. Ist immer safe. Komm. Na. Na. Komm schon. Komm schon. Noch einmal. Und jetzt. Yes. Muss reichen. Mehr packe ich grad nicht, aber... Ich will, ich will halt nicht gleich vom Zombie erwischt werden. Ich hasse sowas. Ich sollte jetzt nur mal die Grund... Grundsicherheit stärken. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wow. Achso. Ich dachte grad, der hat die gezündet. Los, macht sie Platz. Ja, okay, war nicht so toll. Die Stadt kann... Ist halt richtig übel. Nein. Oh. 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 Wir sind hier am Arsch. Wir haben hier... Das... Das ist auch gleich weg. Der Box ist all dagegen und das Zeug ist weg. Okay. Ja, da. Seht ihr das. Whitey. Oh mein Gott. Kralatten werfen bei... Keine Ahnung wo gelernt. Ein Handball. Verreckt doch nicht alle Leute. Ich brauche euch noch. Oh mein Gott. Das war's. Die sind alle tot. Ich hau ab. Ich hole mir noch die letzte... Munition und dann... Geht's weg. Soll ich? Adios Amigos. War nett euch gekannt zu haben. Oh. Ne. Ich brauch doch noch ein wenig Munition. Ich denke mal wenn der Whitey auch weg ist, dann... Haben wir schon mal einen Großteil geschafft. Na da liegt... Ne. Da liegt... Oh. Tote Menschen sind nie ein gutes Zeichen. Locken wir mal ein paar an. Tut mir leid mein Freund. Ich hab dich ins Verderben gestürzt. Wie geil. Wie geil. Weil der versteckt sich da. Und was passiert. Er wird infiziert und ich nicht. Ich lacker. Ich verdammter lacker. Komm ich helfe dir mein Freund. Oh. Das ist ja viel für... So ne Zombie Apokalypse. Weis ich tu noch so als wär ich hier gleich. Nein. Hab doch grad P gedrückt. Scheiße. Ja gut wir waren ja nur noch 4. Also 5 oder. Je nachdem ob der halt noch geliebt hat 6. Scheiße. Ja ja da sind es ja wieder von allen Ecken gekommen. Ich... Wüsste auch irgendwie... Irgendwie hat ich es im Gespür. Aber ich wollte halt noch... Ein bisschen Fun haben. Deswegen sollte man sich nie trennen meine Freunde. Hinter dem Popcorn. Hinter der Trese. Ich bin nicht da. Ich verkaufe ne Popcorn. Hallo. Ach da. Der geht ab. Oh shit. Die Bestrafung kommt halt sofort. Die kleinen Dinge bestraft. Oh Gott halt sofort. Ja ja. Schon ganz funny hier. Ich mag doch die Map. Run. Komm. Na gut. Ja vielleicht. Die schmeißen nämlich allen nicht ihre Waffen weg. Sondern drücken halt nur P. Aber das bringt ja nichts. Weil sie halt ja auch mehr tragen müssen. Und somit überhole ich sie halt immer. Mehr, mehr? Mehr, mehr? Hm. Ja ich weiß links kann auch was sein. Aber... Fuck. Shit, shit, shit. Warum nicht? Warum nicht? Ich verdammt. Nein. 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 Irgendwann verlässt ein Halbmannes Glück. Landen wir ja auch im Poker. Verdammt. Ich hälfte mal. Ich bin ja eh infiziert wahrscheinlich. Wenn der rennt, dann ist was böses im Anmarsch. Ich hab keinen... Oh Gott noch ein Schuss. One single shot. Und der ist für mich. Falls es scheiße läuft. Weil ich überall liegt jetzt diese Kack-Rifle-Munition. Weil ich nirgends ne Rifle rumliegt. Ja und dann... Aber ich weiß ja wo ich Nachschub krieg. Hallo? Soll ich das machen was ihr schon lange machen wollt? Hat der sich grad umgedreht? Das ist natürlich... Übel. Ich bin so am Arsch. Was ich noch so cool finde... Wie realistisch das eigentlich ist so. Oh. Jaja. Dummer Zombie. Deswegen schlägt man niemals dumm in der Gegend rum. So verrät man sich. Ja äh... Was ich cool finde. Die Zombies rechnen gar mit einem hier. Und äh... Ja. Ich weiß nicht. Die sind so dämlich. Und das ist so dunkel und düster da drin. Und da sehen die... Und da sehen die... Eines selber ja nicht. Also die... Also mich sehen die ja auch nicht. Nur weil es jetzt so ein bisschen... Sehen sie nicht unbedingt besser im Dunkeln. Die sehen mich zwar ähm... Wenn sie das nach sich gerät... Ich sag jetzt mal nach sich gerät dazu an... Dann äh... Oh Gott. Jetzt liegt natürlich hier alles rum. Dann sehen die zwar schon besser und... Also die sehen halt die Menschen besser, aber... Das haben die meisten halt dann. Wie ich. Weil ich es hässlich finde. Ja, Leute. Hier. Es gibt auch noch Lebende. Mich seht schon. Ich lauf extrem langsam, weil ich schon so angeschlagen bin. Ja. Ich verstehe das. Also... Bei solchen Aktionen. Muss halt auch mal der Charakter ein bisschen ausspannen. Oh oh. Oh oh. Du hast keine Chance, Whitey. Müsst du was mal machen? Komm. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Leute. Was macht denn ihr? Ich denke euch werden wir noch alle sterben. Und die Infektion hat mich zum Glück noch nicht erwischt. Okay, das kann man irgendwie nicht abbauen. Oh shit. Oh shit. Jetzt hat er frei. Jetzt hat er freie Bahn, Leute. Jetzt hat er freie Bahn, wenn er kommt. Wenn dann gleich tot. Komm. Ihr Lappen. Ihr Lappen. Das hat mich beschützen. Nein. 투. Ich war nie hier. das Witzige ich muss ja eigentlich nur von den Zombies Angst haben die hier rauskommen weil andersrum sind sie mich ja nicht so da laufen sie mich halt einfach weiß das ist es müssen einfach nur Zombies sein so viele Menschen leben gar nicht mehr ich wüsste halt schon mal gern wie viele Menschen noch leben ich bin eh sozusagen One-Shot in Anführungsstrichen komm Leute da läuft eure Beute da müssen wir eigentlich noch leben oh 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 das ist laut das ist mal laut so jetzt komm das sind Zombies jagen oder Zombies warum springen die denn jetzt hinterher bam mein letztes Gefecht oh shit okay scheiße ich habe dachte ich könnte noch weg springen natürlich habe ich gleich erwischt ne oh geil oh man eine letzte Runde oder naja ich überziehe schon ein bissl aber macht ja nix macht Spaß sollte halt nur nicht irgendwie 50 Minuten sein 40 geht noch vor allem am Wochenende aber wenn es halt dann zu viel wird das ist dann halt nicht so gut vor allem äh oftmals ist halt so wenn ich es dann erst abends rendere und dann halt vergesse während also oftmals gehe ich dann ins Bett und vergesse dann halt den Upload zu starten und es dauert halt 40 Minuten Full HD hochzuladen ist halt so ne das sind halt schon so 3 Gigabyte und downloaden würde ich die in 2 Minuten nicht in 2 Minuten aber boah hab ich ein Glück nicht in 2 Minuten aber äh also download ist ja eh immer schneller wisst ihr ja aber bei mir ist es halt extrem das ist ich lade vielleicht ein 20. hoch was ich runterlade also so von der Geschwindigkeit her und es nervt mich auch aber ja so ist halt Deutschland in Amerika ist es ja ziemlich synchron das finde ich auch geiler unser Internet ist halt asynchron weil halt wie gesagt Download meistens schneller ist nur Firmen haben eigentlich ziemlich guten Upload oder halt wenn man es halt extra bestellt so ich weiß gerne warum ich so viel Glück habe womit ich das verdient habe ich weiß es nicht ich habe einfach ein gutes Wirtle bei Gott eingelegt ganz einfach so ich würde mal sagen wir machen wieder ein wenig Erkundungstour Einkaufsrummel mit der Shotgun eher ungern aber es getan werden muss muss getan werden was zum hier war der Whitey nein nein der hat nicht so lang gebraucht der hat nicht so lang gebraucht yes Whitey ja ich bin AFK Killer stimmt nicht der hat sich nicht mehr bewegt hätte er sich mal früher bewegt hätte er wahrscheinlich eine gute Chance gehabt leider bin ich falsch gelaufen leider bin ich falsch gelaufen danke meine Freunde ihr habt ein gut bei mir ihr habt ein fucking gut bei mir scheiße ja keine Stimme weil das ist ja die letzte Runde na ja gut so viel Glück kann man halt nicht haben irgendwann ist es halt vorbei ich frage mich gerade wo ich am ehesten jemand töten kann ich denke mal den hier oder soll ich den AK-Typ töten ja der hat viel wobei der stoppt jetzt na wobei hier ja löcheln ah Multikill Leute ich hab grad vier Menschen umgebracht ich weiß nicht ob man darauf stolz sein kann ey was so ne kranke scheiße gut die waren alle angeschlagen ich gib's zu aber trotzdem geiler shit komprats let's take the left out the time is running out to kill the last ones jetzt kriegt man so oder na ja ich denke schon vor allem ich hab jetzt hier so einen kleinen boost wir haben nämlich viele Leute tötet ich hab jetzt glaub ich schon ein bisschen verschwendet dann wird das Fidometer so ein bisschen rot und da hat man so einen richtigen Bonus dann wird man ja dann kann man halt richtig lang rennen halt ja man sollte auch wegkommen das passiert mir halt auch oft mach so ne Aktion und komm da nicht mal weg aber zumindest dass sich da niemand mitnehmen also mit ins Grabe la 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 da geht's hoch tja nein sonst wirst du schon alle verlassen verlassen ach ich schau nur noch einmal am Leben der versteckt sich doch eh noch irgendwo also ich würde mich wie gesagt immer am Spawn verstecken weil das ist einfach was wo niemand mit rechnet wer guckt denn wer guckt denn zum Beispiel hier immer hin ganz ehrlich wenn ich jetzt so stehen würde guck hier so so da findet mich nie einer die Leute sind so blind das glaubt ihr gar nicht habt ihr gemerkt ich steh hier was macht der Zambi läuft vorbei wenn ich jetzt gut das sieht man echt nicht ich ist echt im toten Winkel ja gut dann danke fürs Zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt ich mache jetzt auch mal wahrscheinlich längere Parts einfach weil ich halt oftmals ein Tag im Wochenende muss aus und lass um aufnehmen und ja ich lade dann am Sonntag noch mal ein Zubi-Penning-Sauce-Part hoch weil es einfach geil ist und ja man sieht sich dann beim nächsten Mal bis dann Ciao Ciao